ich weiß gar nicht wie oft ich dir noch deckung geben soll sieht wie die kommando zentrale aus weiter ein jackpot mal sehen was die russen hier wirklich vorhaben ran ans terminal sie dich um habe ich jetzt ein beweis gefunden habe ich ein beweis gefunden noch nicht daran überprüfe den hauptrechner entschuldigung ich muss hier noch sachen suchen mann du das kannst du jedoch wieder nicht ausdenken macht ihr das extra nervig gemacht ich gucke mir hier gerade um und schniedelwurz quatsch mich die ganze zeit voll von der seite aber richtig blöde auf jetzt willkommen im sowjetischen kriegsanalyse entboden dankeschön für den zweiten monat mal willkommen zurück ja was mache ich jetzt an hier nichts machen oder was kaktische häuserkampfstatistik zugriffsbeschränkung das ist kinderkram such weiter langweilig was gibt es noch man schniedelwurz ey lass mich doch jetzt endlich mal ruhig die scheiße angucken sag mal ich glaub sagt oder was hallo knippi dankeschön für den host das freut mich sehr danke ich hoffe ihr hattet einen schönen stream heute was ging denn so und knippi können wir irgendwann demnächst mal miteinander squad spielen da hätte ich ja sehr viel lust drauf ich grüße dich timmy grüße auch moinzen schönen guten tag wir sind gerade in der kampagne von cod operation green light operation green light kannst du das hacken hacken da kann ich das hacken du sprichst hier mit neo himself hallo ich hab'n hackentosch ich kann hacken war klar dass es ein passwort gibt sie dich um die russen sind nicht so schlau vielleicht liegt da was auf dem schreibtisch rum das nennt sich schoko cccp das ist das das ist das bild da von der hässlichen braut freundin vielleicht wo denn was denn zugriffsbeschränkung ich dachte du wärst irgendein hightech wunderkind halt doch jetzt mal einfach deine schnauze klasse warte ich grüße dich moin ihm sein so und ich grüße dich auch hallo es ist bestätigt die aus berlin geschmuggelt der atombombe gehört zu green light es ist eine von unseren wenn das rauskommt niemand wird davon erfahren nicht mal atlas team das risiko ist zu groß groß ist untertrieben wir sprechen von einer amerikanischen atombombe unter berlin wir können das morgen gerne machen knüppi ich hab jetzt noch nichts weiter vor ich hab noch nichts weiter vor also wir könnten das schon gerne morgen nochmal machen und dann legt die füße hoch und guckt mit uns ein bisschen COD ich muss sicher sein dass sie voll dahinter stehen hat die taktik steht und der ball rollt wenn der agent die wahrheit erfährt plötzlich geht es ihnen um die wahrheit es geht mir um kontrolle kontrolle des agenten wenn wir den agenten nicht kontrollieren können schalten wir ihn aus ganz einfach ich werde eine neue folge mando gucken ich habe noch der ersten ich nehme ein ausdruck mit ich müsste auch mal gucken das ergibt keinen sinn per seuss hat ein cia atomprogramm namens operation green light infiltriert geleitet von hatzen die gestohlene bombe ist amerikanisch und hatzen wusste es scheiße wir müssen hier weg ich hab den alarm nicht ausgelöst äh ich fasse es einfach nicht hak kommen hak hatzen hat gelogen er hat uns belogen verdammt wovon sprichst du da ich spreche von green light das ist das das ist das worauf es per seuss abgesehen hat und die ganze sache stinkt nach hatzen und die verbindung bringt ab ach du schluck du bist so ein arschloch warum stehst du denn genau hinter mich hinter mir meine ich ich spreche von green light das ist das worauf es per seuss abgesehen hat und die ganze sache stinkt nach hatzen und die ganze sache stinkt nach hatzen die verbindung bringt ab kommt einfach darauf wir werden uns zerfetzen ok lauf schnell na lauf doch lauf doch einfach was ist mit dir oh god das ist doch aber alles hier nicht mein ernst oder was was ist mit dir du blöder hund ey den kann man echt nicht gebrauchen das ist auf 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 ich sehe nicht mal ein ein scheiße ist das oh killer ist wieder da leute oh killer ist wieder da leute killer ist wieder da leute oh dead he dead oh oh god oh oh jetzt wird's bitter oh wutz du bist halt so ein wirklicher nichts nutzt wutz du bist halt wirklich so ein wutz du kotzt mich an du bist wirklich der schlechteste co-op partner den es gibt man blöder hund sitzt halt in der ecke und fummelt sie an der flitte rum blöde blöde dreck da ist noch eine schwere einheit dabei oh gott blöde 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 So, ihr sexy Topmodel, ich muss kurz mal ein Foto machen. Ich bin so tot, Mami, mach mich aus! Schön selber geflasht. Ich hab gleich keine Munition mehr. Oh Gott! Du bist so unglaublich unnütz! Oh! Wait, what? Gehen wir! Und das... Pass auf! Ihr Pisser kommt von rechts! Gott! Verdammt! Das nennt man Schnapsanierung, ihr Wechser! Dreckskerl! Schieß weiter, ich suche einen Ausgang! Können die hier nicht mal ein paar verdammte Straßenschilder aufstellen? Na klar! Na! Ich sehe den Ausgang! Festhalten! Schieß auf diese LTVs! Ich drück aufs Gas! Ja! Verdammt! Warte! 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 Ja, Sir, ich bin dran. Hey, DMCA-Frag Nummer 5. Du wusstest, dass die Atombombe von Greenlight war? Was verschweigst du noch? Ich prügele die Wahrheit aus dir raus. Das würde ich mir überlegen, Woods. Alle mal ganz ruhig. Dieser Schwanzvergleich hilft uns nicht, Perseus zu finden. Warum hast du nicht gesagt, dass es eine US-Bombe ist? Wir sollten seine Fehler ausbauen. Der Wichser hat uns die ganze Zeit belogen. Nein, keine Lügen. Das sind selektive Fakten. Das kannst du am besten, stimmt's Hudson? Leute manipulieren. Deine Version der Wahrheit auftischen. Es gibt keine Wahrheit. Nur die Wahl, wie man glaubt. Bettler weiß, was ich damit meine. Oder nicht, Russ? Operation Greenlight. Was ist das? Erzähl uns alles. 58 war das Wettrüsten in vollem Gange. Eisenhower glaubte, bei einer roten Invasion Europas könnten wir nicht schnell genug reagieren. Er autorisierte Operation Greenlight, ein Geheimprogramm zur Platzierung von Atombomben in jeder großen europäischen Stadt. Die ultimative Gegenmaßnahme zur Sowjetinvasion. 74 wurden die Bomben zu Neutronenbomben aufgerüstet. Die Personen ausschalten könnten, ohne Schäden an Infrastruktur anzubrechten. Tausende Tote im Handumdrehen. Und du faselst von verdammter Infrastruktur. So schön zivilisiert. Wir töten Menschen, aber bewahren Gebäude. Es geht um die Bewahrung unserer Art zu leben. Seit wann wusstest du von der fehlenden Bombe? Eine der Greenlight-Bomben ging vor acht Wochen offline. Wir hatten Perseus im Verdacht, konnten es aber nicht bestätigen. Bis zu euren Fotos, denen aus Ostberlin. Also, das Problem ist eine amerikanische Atombombe. Und sobald Perseus sie zündet, sind die Vereinigten Staaten weltweit der oberste Schurke. Wir hätten kein Problem, hättest du Perseus damals ausgeschaltet in Vietnam. Vorsicht, Hansen. Nächstes Mal überlasse ich dich, Woods. Stiedel, Woods. Wir müssen wissen, was Perseus mit der Atombombe vorhat. Park, steht sonst noch was in dem Ausdruck, den Bell und Woods aus der Basis geholt haben? Es wird eine Ausgrabung im Moralgebirge erwähnt, auf dem Jamantau. Unser Kontakt beim KGB bestätigt eine aktive Operation. Jamantau. Dachte, Harzen und Reaver hätten die Einrichtung vor Jahren begraben. Haben wir. Perseus will den alten Hauptrechner bergen. Dragovich und Steiner müssen was ziemlich Heißes hinterlassen haben. Steiner. Schick Woods und mich. Dir fehlt der Abstand, Mason. Wir können uns keine Patze erlauben. Bullshit. Du weißt, dass es keinen besseren Job gibt. Ist meine Entscheidung. Ich will Mason und Woods da dran haben. Findet diesen Hauptrechner vor Perseus. Ich kontaktiere unseren Mann beim KGB, Bellikov. Er wird uns logistisch unterstützen. Wer weiß, Bellikov will den Heli vielleicht sogar selbst fliegen. Was immer Perseus auf dem Jamantau will, ich will es noch mehr. Ich will es noch mehr. Na dann, wir wollen da alle rein. Wir wollen da alle rein. Das erste Gebäude liegt gleich hinter dem Kamm. Danke, Dimitri. Wir geben per Funk Bescheid. Gut. Du weißt, was der KGB mit Doppelagenten macht. Nicht? Wenn sie gewinnen, ist es das Erschießungskommando fast wert. Ich habe nur für eine Stunde Treibstoff. Also danach braucht ihr ein anderes Taxi. Dann mal los, Mason. Wir brauchen kein Taxi, Macker. Wir gehen einfach zu Fuß. Wir sind gut ausgebildete Soldaten. Easy peasy, Lemons. Eieiei, was haben wir denn da für ein Rohr? Ähm... Call of Duty Cold War. Das ist unser Mann. Prossis. Lass dich nicht durch den Gestank von billigem Wodka und Kaviar täuschen. Dimitri ist in Ordnung. Er weiß, wo die Leichen im Keller liegen. Verdammt, er hat die Hälfte selbst vergraben. Ich würde nichts lieber tun, als dieses Eis runterrutschen mit dem kleinen Abhang da vorne. Gute Idee. Gute Idee. In dem Fall, also. He dead. Achtung. Aufklärer auf dem Kamm. Also leise, meine ich. Ha, darin bist du ja der Experte. Lassen wir es krachen. Gefällt mir. Du nimmst ein, ich den anderen. Oh klar. Guter Schuss. Okay, 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 okay. Scheiße, es sieht brisant aus. Aber was gut genug für die Russen ist. Du gehst zuerst. Nee, erst mal machen wir kurz hier den da. Das war jetzt schon ein bisschen fancy. So, jetzt können wir rutschen. Hochi. Hoffentlich hält das. Na klar. Tach Jungs, was geht? Oh. Oh. Guter Abschuss. Noch mehr zu sehen? Direkt ins Ohr. Radius. Geht ins Ohr. Ich hab's vergessen. Das ist das alte Satcom-Gebäude. Steht nach all diesen Jahren immer noch. Gerade so. Ob es sowas wirklich gibt im Moral? Das wäre halt schon cool. Dann mal weiter. Das wäre halt wirklich krass. Sie haben Scharfschützen. Pass auf, dass sie dich nicht entdecken. Unten bleiben. Außer Sicht. Was denn für Scharfschützen? Ich hab's doch gerade erschossen. Oh. Sauberer Treffer. Haha. Der ist ja auch von mir. Oh, 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 oh man. Willst du mal nachhören hier? Schon wieder rutschen. Ziel erledigt. Ziel erledigt. Ziel erledigt. Ziel erledigt. Rein da. Ich glaube, das war's. Verdammt. Sieh dir diesen Ort an. Von der Pro gibt's hier Moral. Die haben ja auch auf dem Brocken im Harz zu bauen. Irgendwie ist das sehr komisches Treffer-Feedback. Äh, das ist, äh, Dings hier. Äh, Tommel-Peter-Zeitlupe. Das quasi Atem anhalten. Normalerweise ist das nicht so. Muss ich irgendwie... Ich mach keine Fotos hier, Leute. Hast du gehört? Sie bereiten den Hauptrechner zur Bergung vor. Ausgrabungsstätte 7. Wir sollten uns bewegen. Bäh. Mieses Objekt. Moment, irgendwo ist doch... Wechsle in Deckungsposition! Hält mal dein... Warum schreist du denn schon wieder so rum wie so ein abgestochenes Schwein? Erregung! Oh, pff. Erregung! Wir haben uns abgeklebt. Schon ja gut. Habt ihr ihn nur. Wir gehen rein jetzt. Alter Schniedelwutz, du bist wirklich so ein unfassbar beschissener Teammate. Oh, was für ein Horn-Ochse! Oh, scheiße, Granate! Ich muss weg! Boge. Oh, Gott. Mußlos! Hit fire! das ist der endzeitbunker wir ernähren uns dem hauptrechner wir handeln uns am kabel lang russen auf dem helipad schalten wir sie besser aus bevor wir rüber gehen hat er mir gerade mittelfinger gezeigt alter vor schönheit ach jetzt auf einmal ja jetzt auf einmal ganz schön scheiße meine verdammte waffe verloren nächstes mal gehst du vor ich sehe hier einen tunnel du musst einen anderen weg hinein finden verstanden was klasse verdammt ist das kalt hier drin armbrust bolzen was findest man scan okay ich komme endlich meine schrote die auch funktioniert was das hier akhahn was das hier akhahn Welche? Schut! 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 Wir brauchen die Strecke! Wir brauchen die Strecke! Bitte? Push, push, push! Seidete die Flanke, man! Schreie gegen Sieger! Aaaaaaah! Okay! Wir machen Shawline-Taktik! Wir machen Shawline-Taktik! Jetzt kommen die natürlich nicht... Lassen Sie sich wieder nicht reingebeten! Wir! Mason! Hörst du mich? Mason! Kannst du mich hören? Ich höre dich! Du musst in der Nähe sein! Ich höre dich! 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 Möge! Ich höre dich!